So, bei mir am Teppich einer der Shooting Stars des Jahres. Im Moment gibt es keine Nordlichter, sondern ganz viel Blitzlichtgewitter. Bei mir ist Vincent Groß. Hi Vincent. Hi, ich mag alle Lichter, das ist cool. Vincent, für dich heute der erste Margot Award? Ja, also der erste hier in Berlin Verliehene. Und ich fühle mich so riesig geehrt mit Nordlichter. Ja, im Rahmen des Bayern Plus Senders eigentlich. Du hast eine Wildcard bekommen. Ja, Song des Jahres. Durch deinen Sieg. Und das ist so unglaublich. Ich fühle mich echt geehrt und freue mich natürlich heute hier zu sein und den Song zu singen natürlich. Ist es für dich immer noch was Besonderes, wenn du hier mit Größen stehst, neben dir war jetzt Maite Kelly. Kurz vor dir kam Heinz Simons. Ja. Ein absoluter Superstar. Ist es immer noch was Besonderes für dich dann mit den Künstlern gemeinsam hier über den Teppich zu gehen? Auf jeden Fall. Also es ist eine riesen Ehre. Ich meine, was Maite alles schon erreicht hat. Ich war ja auch mit ihr auf Tour. Es ist unglaublich. Und sie ist so eine Hammerfrau. Also auf jeden Fall. Ich weiß es zu schätzen und genieß es auch, weil es so coole Leute halt auch sind. Also dann freuen wir uns sehr auf deinen Auftritt später und jetzt noch viel Spaß beim Blitzlichtgewitter. Vielen Dank. Ich freue mich. Euch auch viel Spaß.